Hey Kinder, was geht bei euch? Ah Junge, na? Mensch hey, Mirage am Arsch Noch ganz bisschen erkältet Ah es muss ein Tieder sein der dort ist Tieder wahrscheinlich Ah, der Arf, der Arf Oh, ich Arf Ich bin froh wenn ich komplett auskuriert bin Wenn ich auch wieder was mit Freemates mache Take away Meine haarige Mutter ist ein Negative, weißt du das? Palace Um Himmels Willen, Kinder Ich sag Palace ne No, 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 no. It's not B It's not B Just what I said bruh Wissen Carefully Oh Balloon geht richtig ab Wie er ab-ejakuliert Ah doch nicht Und ja ähm Johnny Kasparle Ja, das Kasparle, Mensch hey Ja natürlich ihr bist auch mal dabei We push T-wim, just like you slitt Und ja deswegen ist mir das noch ein bissl unangenehm Könnt ihr ja sicherlich, ihr alle und Kasparle hört Da verschlechtest auch, oder? Mensch hey Johnny, hör doch mal zu Oh mein Gott wie viel hab ich ihm gegeben? 100.000 oder so? 37 nur? 37 ist viel, viel weniger wie 100.000. Das ist irgendwie echt merkwürdig. Besucht mal www.kryter.de mit K und mit Y. Also, Kreiter eben. Die Seite ist hier unten verlinkt. Guck mal, wer da auch auf der Homepage drauf ist. Hm. Thanks, Kreiter. Also, Baloo, wo ist deine tollkühne Crew? Ich kann sie nicht sehen. Sind Mädels wahrscheinlich nett. Alle null. Ich hab noch nicht mal einen dreckigen Assessed. Das ist Action, gell? Da, wo die Tees herkommen. Ich hab nämlich mal Grauner Streik studiert. In den frühen Kindertagen. Hab ich ihn gefickt? Komm schon, bitte. Oh mein Gott. Ich kann das nicht fassen. Wie viel hab ich ihm gegeben? 60. Okay. In der ersten Runde hab ich gar keinen gekillt. In der zweiten Runde hab ich irgendwas mit 30 Schaden gemacht. Und jetzt 60. Also, ich glaube, langsam entwickle ich mich weiter. Fultonate verschmissen. Mit den letzten paar Kügelchen, glaube ich. Oh Mensch, hey. Ja, lass ihn doch. Lass ihn doch einfach. Wir waren zu dritt und die Bombe lag bei uns auf dem Boden. Das heißt, unser Scouter geht am besten schon mal ganz weg, dass er nicht auf die Fresse bekommt. Und wir zwei beschützen, die restlichen zwei beschützen die Bombe. Fertig. Aber nein! Nee, 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 nee. One Palace. Nein, one Palace. Die sind vollidioten. Immer diese Speed, Speed. Wenn die Bombe down ist oder die Bombe liegt, wenn man alle sieht. Fünf oder vier. Wenn man vier Leute sieht. Aber wenn man einen sieht, weil sich auf dem Spot sagt, man sagt, ich geh zu B, motherfucker. Der Baloo hat es aber auch so ein bisschen drauf. Also ich auch. Ich auch. Aber der Baloo und seine tollkühne Crew, zu der ich mich dazu zähle. Ja, ich bin bereit. Wie will ich? Okay, I'm ready like your daddy. Und B heißt, es ist direkt wieder It's B. Because I think it's B. I can feel it in my... Let's go. Ha. Oh, fuck, man. Ey, so Behinderte werden überrannt. Nice, nice, nice. Okay, genau. Ha, fucking Knub. Mal ein bisschen für Ruhe schliften, ja? Sh, sh, sh. Kinder. Sh, sh, sh. Calm down. Ah, fuck. Nein. Warum kommt dann keiner, Mann? Okay, ich will nichts sagen. Vielleicht sind sie doch gekommen. Ich nehme das zurück. Warum kommen denn alle so gut? Es ist so toll. Yeah, motherfucker. Calm down, Palace. Ja, ich weiß, ich bin schon ein bisschen gut. So, Onkel Killer, guckt jetzt A. Passt auf, ich tricke jetzt so auf die Nuss. I go hier hin. You go away, please. Go away, weit weg. Nice. Just like this, motherfucker. Wer drum streiten soll, gewinnen, verstehe ich? Streit. Wai, 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 wm. Ihr habt gemerkt, gestern kam kein Video. Ich weiß, es tut mir wirklich leid. Ich kann es zumindest im Moment nicht mehr providen. Ich kann kein... Ich kann nicht mehr ein tägliches Video machen. Das ist unmöglich. Freitag, Samstag, Sonntag bin ich gar nicht zu Hause. Da kann ich nichts machen. Dafür muss ich sogar vorarbeiten unter der Woche. Dienstag und Donnerstag habe ich von 8 bis 19 Uhr Vorlesungen. Ich kann nur Montag und Mittwoch was machen. Natürlich auch Vorlesungen, aber nicht so lang. Ah, du Fickerig, Mann. Go back, dude. Behind you. Ich weiß gar nicht, wovon ich gerade gesprochen habe. Die Runde war so aufregend. Was? War da rechts einer? Oh Gott. Ja, also wie gesagt, ich habe auf jeden Fall keine Zeit. Das bisschen Zeit, das ich habe, will ich wirklich nutzen, um dann wirklich, um gute Videos zu machen. Und nicht schnell, schnell zwei, drei, vier rauszuhauen, die alle nur so mittelprächtig sind. Nein, Banu, lass doch... Okay, okay, gut. Lass doch, Gute. Okay. No money, sorry. Ah, okay. No money, du rags mir Vögel. Ah, warum sind die so schnell gestorben, Mann? Bitte sterbt nicht so schnell, Mann. Bitte. Behindertest move ever, oder? Warum bin ich eigentlich alleine auf A? Was soll der Scheiß, Mann? Einfach wie die ganze Zeit auch. Zwei A, zwei W, einer mit. Guck mal. Ich bin wieder alleine auf A. Palace one. Warum bin ich alleine? Alter, er fährt einfach auf dem Roller, während er spielt. So, letzte Runde. Bitte grün, bleib jetzt bei mir. Mich hat der Mate angefickt. Wenn einfach alle Hurensöhne zurückkommen würden, bitte, auf ihre Plätze, dann hätte er auch der Mate gesehen, der eigentlich oben Palace gucken soll, dass da einer mit Messer kommt und mich gar nicht fickt. Wenn die das noch verlieren... Oh, mein Gott. Die schlimmsten Vollidioten, die es gibt. Nicht alle, aber fast alle. Fast ein Mate angeschossen, hab vergessen zu kaufen. Naja, Ultrasprarrunde. Oh, der Mate schießt mich an. Sehr cool. Das macht da meistens Spaß, weißt du? Immerhin. Brr, Englisch. Die Speak It. So, ey? It's easy? Was? An alle gehen B? Ich verstehe es gerade nicht. Na gut, holt die einfach alle. Ich kriege halt gar keinen. Irgendwie. Einfach nur rumgelaufen die ganze Zeit. Wo sind sie denn? Wo sind die Gegner? Ist hier vielleicht einer? Oder hier? Oder hier? Oder doch? Das hier ist auch Action, gell? Das heißt T-Ramp und oder Action. Warte, da noch einer. Ah, nice. Shit, mit P90 hier oben ist irgendwie Schwachsinn, oder? It's just Swag-Sinn. I'm throwing a Flashback und ich huck. Wie geht's mit der Waffe spielen? Ja, komm. Scheiße, Mann. Nein! Boah! Der Flash ist einfach 100 Kilometer hinter ihn geflogen. Irgendwo ins Nirvana. Und er, das juckt mich nicht, Alter. Das juckt mich nicht. Aber dann huck ich da, ja. Er ist seine Kugel und sagt mir, das juckt mich nicht, du Alter. Figgerisch. Ihr wisst ja sicherlich, dass diese Folgen hier eigentlich, also das ist ja mein Weg, mein Road to bad motherfucker, ne? Ab wann bin ich denn bad motherfucker? Wenn ich den höchsten Rang habe? Wahrscheinlich schon, ne? Okay, wie viel waren es noch? Es waren noch drei. Ja, no chance, my fucker. Hat er keinem thanks bitch gesagt? Nee, oder? Bomb ist weg, geil. Nice! War das hier, ne ABP? Ne. Wie ich die Waffen nicht erkennen. Was ist das, das läuft? Das ist ein Hund? Und seine Crew. Oh yeah, Balou. Ich hab nichts gehört. Aber ich hab auch gesungen. Oh yeah, oh yeah, oh jo, oh jo. Dam, 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 dam. Eine wirklich sehr schöne Runde. Eine sehr schöne Runde mit Balou, dem tollkühen Spieler und mir und den anderen, die waren alle ganz gut, ganz arg viel kräftig. Zwischendurch war so ein bisschen hurensöhnig, weil sie natürlich sich nicht hingestellt haben, so wie ich das will. Nein, nein, nein. Ah! Scheiße! Vielleicht sieht man es wieder in der Aufnahme, ich muss später mal gucken in der Zeitlupe, wie ich gerade so eine Minisekunde, bevor er vor mich springt, einfach nach oben links schaue auf den Radar, um zu gucken, wie weit die Mates schon sind. Oh, im Himmels Willen, dann kommt er. Der hätte eigentlich einen Instant-Heller gefressen, aber so. Shit. Man schaut nach oben links und sieht natürlich schon auch hier noch im peripheren Sichtfeld ähm, shit. Ah, dead. Und dann guckt man da hin. Nö, 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 nö. Fängt auch schon an, vielleicht zu schießen oder auch nicht. Man muss ja in der ersten Millisekunde erst mal wieder entscheiden, ob das jetzt ein Maid oder ein Feind ist. Darf ich überhaupt schießen? Denn die Daten, die ich auf der Karte gerade gesehen habe, sind ja nach einer Millisekunde wieder weg. So. Aber B, oder? B, komm, geh mal B. Aber komm mir genau. Was für eine blöde Scheiße, oder? Er kommt einfach da unten raus. Okay, drei gegen ein. Smoked alles, um Gottes Willen. Legt die Bombe schnell. Oh Gott, drei AWP. Nein. Wir sind voll geschützt, Junge. Nice, okay. Ich war gerade noch hier voll fresh smoking plant. War ganz gut, oder? Balu und seine Tollküte-Crew haben zugeschlagen, wow, mit Kid Wolkenflitzer, dem alten Spritzer. Macht's gut, ciao, ciao. Outro 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 Outro